Musik Besucher, die ins Sellhorn kommen, können sich darauf freuen, dass sie eine ganz heimelige Atmosphäre hier vorfinden, herzliche Gastlichkeit. Das Besondere am Ringhotel Sellhorn ist, dass es ein ganz alt eingesessenes Haus ist. Es gibt uns bereits seit 1873, jetzt in der fünften Generation. Es ist ein Haus, in dem sich alle Generationen wohlfühlen. Wir haben sehr viele Familien mit Kindern, dann eben auch die Eltern und Großeltern dabei. Jeder Gast, der hier ankommt, fühlt sich gleich geborgen durch die Atmosphäre, die in unserem Haus herrscht. Die Zimmer sind sehr gemütlich eingerichtet. Das Motto unseres Hauses ist, dass die Gäste hier ankommen sollen. Sie sollen einfach aufatmen und sich dann hier wohlfühlen und rundherum verwöhnen lassen. Die Wellnessmöglichkeiten hier in unserem Haus sind einmal im Refugium. Die besondere Entspannung in unserem Wellnessbereich finden die Gäste mit Produkten hier aus der Region, die dann auf den Körper abgestimmt werden. Diese Produkte werden verarbeitet für Schönheitsbäder, für Packungen und für kosmetische Anwendungen, damit die Haut besonders zart und samtig und weich wird. Hier im Hotel legen wir sehr großen Wert darauf, auf die Naturverbundenheit, gerade mit der Lüneburger Heide. Sie bietet ja doch vieles, auch was man sehr gut in der Küche dann verwenden kann. Eben frisches Gemüse kommt von hier. Die Heidekartoffeln sind sehr bekannt. Dann natürlich alles rund um die Heidschnucke. Die Jäger aus der Region bringen uns ihr Wild, das wir dann hier frisch verarbeiten. Also es ist uns sehr wichtig, mit der Heide, mit unserer Region hier in Verbundenheit zu stehen. Das ist uns sehr wichtig, mit unserer Region hier in Verbundenheit zu sein.